Ich bin sehr glücklich und stolz, hier zu sein. Ich möchte Bayern dafür danken. Ich fühle mich sehr gut, weil ich der beste Klub in der Welt bin. Aber ich habe Lust, eine neue Saison zu beginnen. Mein Freund Guardiola hat in den letzten Jahren hervorragende Arbeit gemacht. Wir haben eine fantastische Mannschaft. Ich bin glücklich und wir versuchen in allen Wettbewerben stark zu sein und zu gewinnen. Was haben wir bei Bayern? Wie gesagt, Bayern ist eine der größten Wettbewerben der Welt. Ich bin glücklich und ich bin glücklich. 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 Natürlich weiß ich sehr gut, dass der Stil von Bayern München ist, um zu spielen in der Fußball zu spielen. Wir wollen spielen in der Fußball zu spielen. Ich liebe es, ich liebe es zu spielen in der Fußball zu spielen. Wie gesagt, ich habe ein fantastisches Squad, wir sind wirklich glücklich, ich bin wirklich glücklich für das. Wir haben einen fantastischen Spieler gewonnen, diese Saison, und wir versuchen zu machen unser Bestes. Das ist unser Ziel für diese Saison. Natürlich müssen wir in der Zwischenzeit die Charakteristik der Spieler, aber ich bin nicht hier, um eine Revolution zu machen, weil die Arbeit, wie gesagt, die Guardiola gemacht hat hier war fantastisch. Ich habe eine fantastische Geschichte in der Champions League. Wir versuchen zu machen unser Bestes. Wir wollen uns alle konkurrenzieren. Ich denke, dass ein Manager kann alles kontrollieren, mit der Hilfe des Klub. Die einzige Sache, die wir nicht kontrollieren können, ist das Ergebnis. Aber wenn ich das Ergebnis kontrolliere, werde ich auch ein Magischer sein. Und ich bin nur ein Manager. Ich sage, was ich gesagt habe, was ich gesagt habe über Benatia. Bis er ist ein Bayern-Spieler, muss ich ihn als Bayern-Spieler verwenden. Ich habe mit ihm gesprochen, aber es ist eine private Gespräche. Ich werde nicht sagen, was ich ihm gesagt habe. Ich bin ehrlich, ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich. Vielen Dank.